Die Hamollmesse ist das am häufigsten aufgeführte Vokalwerk weltweit. Und deswegen ist es bei uns schon seit 1999 gute Tradition, dass das Bachfest immer mit einer Aufführung der Hamollmesse in der Thomaskirche aufhört, immer wieder und immer wieder anders. We all collectively felt like that. We put ourselves in the right place, we open ourselves and we let the Master Bach speak through us and that's all we can do. Die akustischen Verhältnisse in der Thomaskirche sind schwierig und oft gehen Impulse, Dynamik, die oben auf der Chorempore entsteht, verloren kommt nicht so richtig unten im Kirchenraum an. Und das war hier überhaupt nicht der Fall, also es wurde sehr deutlich gesprochen. Man hat Strukturen, gerade in den Mittelstimmen des Chors, wunderbar verfolgen können. Ich fand das eine hochinteressante Balance, die sicherlich dem Stück sehr gut guhlt. Und ich denke, wenn die Chorsänger an der Galerie stehen und in die Kirche singen, wird für den Hörer unmittelbar deutlich, dass es sich um ein Chorwerk handelt. Der Charakter des Werkes kommt auf diese Weise sehr viel besser zum Ausdruck. Und auf diese Weise ist die Verständlichkeit des Textes sehr viel besser. Und ich glaube, dass auf diese Weise am besten die H-Moll-Messe als ein Vokalwerk definiert wird. Für mich, die B-Minor-Messe compresses Bach's compositorial genius best. Und das ist deshalb, wenn ich ein Stück wähle, würde ich diese Stück wähle. Und ich würde nicht missen nichts in der Musik. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Charakter der Kirchenmusik ist ja auch sehr stark seit dem späten 17. Jahrhundert von der Geschichte der Oper mitbestimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik On a psychological level, as you say, the compactness of the ensemble and that you're really very close to everybody, that creates a dynamic in itself. From a feeling of we all want this and we stand close together, I think that's the psychological aspect that plays into the performance now. Musik On a psychological level, as you say, the compactness of the ensemble and that you're really close to the ensemble and that you're really close to the ensemble and that you're really close to the ensemble. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Because for me, I see myself as one of them, and the older generation, they get it, they know he sung in a boys choir, so we recognize each other, and we are part of that team, and that's what I love about this choir and all kinds of boys choirs, because there's this understanding that we belong to the same fraternity. Thank you. Musik 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 Also von der Ausbildung her, soweit mir bekannt, gab es da keine wirklichen Unterschiede, aber es ist in der Tat so, dass der Thomana Chor eine Reihe von Opernsängern produziert hat. Musik 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 Es ist etwas, wenn ich neben dir die Agnus Dei singe, es ist etwas Besonderes, das von dir geht. Es ist als ob du eine sehr besondere Beziehung mit dem Agnus Dei hast. Die Agnus Dei ist ein Precious Stück. Und Bach, als ein alto-singer, oder ein countertenor, ein female alto-tenor, wir sind privilegiert, weil wir all diese Piele haben, die die Energie auf dieses einen Platz focussen. Es ist wie die Extrakte der ganze B-Minor Mass. Es ist zu sagen, »Habe mercy on uns!« Wir praise Gott, wir glauben, wir haben die Credo, wir haben all diese Elemente der Mass. Und es all nur macht Sinn, wenn, in der Ende, Gott hat mercy on uns. So, es all funnels auf dieses Moment, vor dem Ende. Und es ist die letzte Worte. Die letzte Worte ist »Dona Nobis Partsem«. So, es funnels die Energie nach diesem Punkt. Und die PIECE ist so powerful, dass, als ein SINGER, Sie müssen Sie zu es. Mein SINGING-Teacher, in der Ende des Lebens, Richard Leavitt, hat mich immer gesagt, »DON'T TRY TO EXPRESS ANYTHING!« Und in der Beginn, es ist wie eine Short-Circuit in der SINGERs-BRAIN, weil wir immer sagen, »I NEED TO EXPRESS!« Und »EXPRESSION«« bedeutet, »I NEED TO SQUEEZE OUT SOMETHING!« »Ich WANT IT SO MUCH!« »But, SOMETIMES, »A PIECE OF MUSIC« ist SO POWERFUL, »I NEED TO ASK MYSELF« »WHO IS ANDREAS SCHOLL« »IN THE B MINOR MASS« »IF HE SINGS THE ARGLUS D«?« »HE IS THE SMALLEST COMPONENT« »AND I JUST NEED TO OPEN MYSELF«, »I NEED TO EMPTY MYSELF« »NOW«, »THIS IS WHAT I DID YESTERDAY IN THE CONCERT« »I DON'T TRY TO… I TRY TO NOT ANTICIPATE ANYTHING!« »I ENJOY THE PRELUDE« »AND WHEN IT'S TIME TO SING« »I OPEN MY MOUTH« »I BREATHE AND I START SINGING« »AND THE REST WILL HAPPEN FROM THAT MOMENT ON« »IF I HAVE TOO MANY PLANS ABOUT WHAT I WANT TO DO »AND I SHAPE AND DYNAMIC CHANGE« »DYNAMICALLY THINGS HAPPENED YESTERDAY »THAT I DIDN'T PLANNED« »AND THIS IS OF COURSE THE GREAT PLEASURE OF BEING A SINGER OF BACH'S MUSIC« »DYNAMIC CHANCE« »SINGER STORES »DYNAMIC CHANCE« »DYNAMIC CHANCEZ » »DYNAMIC CHANCE« »DYNAMIC CHANCE« Quittanus 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 Musik 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 Mom und we are doing. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020